Im Feldenkreisunterricht, der im übrigen Bewusstheit durch Bewegung heißt, geht es darum, dass die Fähigkeiten des Einzelnen verbessert werden und dass Blockierungen bewusster werden. Das läuft über den Bewegungsunterricht, weil der Körper des Schauspielers das Instrument des Schauspielers ist. Man arbeitet ja immer mit seinem Körper, mehr oder weniger, und je mehr ich über meinen Körper weiß, desto mehr Möglichkeiten habe ich, meine Fähigkeiten zu verbessern. Das war der Mosche Feldenkreis, der das entwickelt hat. Der hat sich halt gedacht, dass der Mensch aus seiner Gesamtheit besteht. Körper, Geist und Seele sind eins. Und der Mensch lernt, wenn er auf die Welt kommt, organisch. Das heißt, einem kleinen Kind kann man nicht das Gehen und das Sitzen beibringen, sondern das muss es nach und nach entwickeln. Und genauso ist eigentlich das Feldenkreis aufgebaut, dass man nicht sagt, du musst es so und so machen, sondern es ist, du probierst es aus und machst es nach deinen Möglichkeiten. Es orientiert sich an den Mustern der frühkindlichen Bewegungsentwicklung. Und durch das Ausprobieren im Sinne des organischen Lernens und dem aufmerksamen Beobachten der eigenen Wahrnehmung entsteht so die Möglichkeit, dass meine Bewegungen authentischer werden. Wir fangen da meistens so an, dass wir eine klassische Feldenkreis-Lektion machen, die meistens am Boden abläuft. Dann windeln die Beine wieder an. Er verlängert das rechte Knie und hebt das rechte Knie etwas an, während das linke Knie zurückgeht, dass man in seinen Körper hineinspürt und verschiedene Bewegungsabläufe angeleitet werden. Er denkt mehr an das Verlängern weg, das Knie weg vom Kopf und lässt es dann ein kleines bisschen anheben. Also das braucht wirklich immer so einen Millimeter zu sein. Das Anheben ist nicht das Wichtige, sondern dieses vorige Verlängern. Im zweiten Teil des Unterrichts gehen wir weiter in Movement Studies nach Amosets, wo wir mehr mit Objekten arbeiten und in den Raum die Bewegung dann sozusagen anwenden. Das ist dann so hoch! Ja, dann auch wieder hoch! Ja, dann auch wieder hoch! Ja! 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 Aj Teule! Ich nehme mir tra resistance des W starters Stating